Wenn man mal auf der Straße fragt, welche Wohnungsunternehmen gibt es eigentlich in Deutschland, dann fällt dem einen oder anderen vielleicht noch Vonovia ein und dann LEG, TAG und ein paar kleinere Wohnungsgesellschaften. Doch Einnahme, der taucht seit einigen Quartalen selten auf, obwohl eine Berliner Enteignungsinitiative diesen immer noch im Namen trägt. Natürlich, ich spreche von der Deutschen Wohnen, bekannt aktuell noch durch die Diskussion Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, aber die Deutsche Wohnen, die wurde ja übernommen von Vonovia, trotzdem gibt es die Deutsche Wohnen noch und die Deutsche Wohnen ist auch weiterhin ein Aktienkonzern, der an der Börse gehandelt wird und eigentlich gar kein unspannender Aktienkonzern, denn Vonovia, ihr seht es im Hintergrund, hat mit der Deutschen Wohnen einen Zukauf getätigt von einem Unternehmen, welches vor allem in Berlin wirklich tolle Wohnungsbestände besitzt, wo man ja wirklich gut gemanagte Quartiere selber hält, also sehr, sehr große zusammenhängende Komplexe, wo es sich eben lohnt, die Bewirtschaftung vorzunehmen. Schauen wir also auf die aktuellen Q2-Zahlen. Vorjahr, wie immer der Hinweis, das Ganze ist natürlich keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung. Ich halte selber keine Aktien der Deutschen Wohnen, aber Aktien von Vonovia und bin damit indirekt natürlich auch hier beteiligt. Gucken wir auf den H1-Bericht, also für das Q1 und für das Q2 in diesem Jahr, der heute am 8. August 2023 veröffentlicht wurde. Wie immer vorher der Blick auf den aktuellen Aktienkurs. Und da muss man sagen, heute nach Verkündung der Zahlen um 7.30 Uhr kamen die, ja, es hat sich eigentlich kaum etwas geregt, weder nach oben noch nach unten. Ganz normal hat sich die Aktie heute entwickelt. Es gibt also hier keinen Schock aufgrund der Zahlen, aber auch keine endlose Begeisterung. Woran das aber hängt, das sehen wir gleich nochmal. Erstmal der Blick auf Jahressicht, da hat sich nicht viel getan. Vor einem Jahr 24 Euro, jetzt 22 Euro. Die Deutsche Wohnen ist also deutlich entspannter vom Aktienkurs zumindest durch das letzte Jahr gekommen. Aber wenn wir uns das im Großen und Ganzen anschauen, wir sind jetzt auf dem Niveau von 2015. Also auf lange Sicht gesehen natürlich trotzdem keine gute Entwicklung. Aber im letzten Jahr, da sah es deutlich besser aus als bei vielen anderen Wohnungsunternehmen an der Börse. Kommen wir zuerst mal zum Bereich Wohnen. Also, wie sieht es aus bei der Deutschen Wohnen? Wo hat man welche Wohnungen? Achtung, diese Zahlen sind vom 31.12. haben sich aber nur minimal verändert. Leider gibt es im aktuellen H1-Bericht das nicht gut aufgeschlüsselt. Deswegen habe ich diese Zahlen hier genommen. Gleich aber wieder dann die aktuellen Zahlen zum Wert dieses Portfolios. Wir sehen in Berlin über 100.000 Wohneinheiten. Dann folgt das Rhein-Main-Gebiet, Dresden, Leipzig, Rheinland und Hannover. Und ansonsten hat man noch in München knapp 1.000 Wohnungen und 3.443 Wohnungen an sonstigen strategischen Standorten. Und 1.624 an nicht strategischen. Das sind im besten Fall Wohnungen, die man verkauft bekommt. Sie gehören eben nicht zum strategischen Portfolio. Wie gesagt, wir haben immer noch rund 140.000 Wohnungen. Da hat sich nicht viel getan im letzten halben Jahr. Wo sich aber was getan hat, das ist beim Verkehrswert. Und das sehen wir hier. Das sind ganz aktuelle H1-Zahlen zu den Verkehrswerten der unterschiedlichen Portfolien der deutschen Wohnen. Und dort können wir sehen, dass wir in Berlin, also da, wo man über 100.000 Wohnungen besitzt, aktuell einen Verkehrswert von etwas über 18 Milliarden Euro haben. Insgesamt gibt es nur drei Gebiete, wo man über einer Milliarde liegt. Klar, Berlin, weit abgeschlagen, ganz weit oben. Dann das Rhein-Main-Gebiet, ja generell eine recht teure Gegend zum Wohnen. Hier der Verkehrswert 1,78 Milliarden. Und auch in Dresden besitzt man Wohnungen mit einem Wert über eine Milliarde Euro. Danach folgen Leipzig, 851 Millionen, Hannover knapp 700 und auch das Rheinland mit knapp 700 Millionen Euro vertreten. Das also die ganz aktuellen Verkehrswerte. Da wurde ordentlich abgewertet. Dazu gleich mehr. Dazu schauen wir nämlich jetzt auf die aktuelle Geschäftsentwicklung bei der deutschen Wohnen. Und ich habe es vorhin schon gesagt, Vonovia hat sie ja übernommen. Und das sehen wir auch bei den wesentlichen Anteilseignern zum 30. Juni 2023. 86,87% der deutschen Wohnen gehören Vonovia. Eigene Aktien hält man 0,84% und damit beträgt der Free Float 12,29%. Und das zeigt auch, viele Aktien werden einfach nicht gehandelt, weil vor allem Vonovia und ein kleiner Teil der deutschen Wohnen eben gehört, sodass wir hier im letzten Jahr einfach sehr, sehr wenig an der Börse an Reaktionen gesehen haben, weil einfach wenig gehandelt wird. Gehen wir jetzt aber ins Zahlenwerk rein. Und da möchte ich mal starten mit dem Immobilienwert pro Aktie. Wir haben ja noch den Aktienkurs im Hinterkopf. Und beim NAV pro Aktie, da sind wir jetzt bei 46,56 Euro. 9,2% weniger als noch vor einem halben Jahr. Da ist also ordentlich abgewertet worden. Aber was wirklich erfreulich ist und da können sich andere Wohnungsgesellschaften wirklich mal eine Scheibe von abschneiden. Der Loan to Value, also der Verschuldungsgrad der deutschen Wohnen, der ist zwar leicht gestiegen, aber wir haben hier einen Verschuldungsgrad von 29%. Wenn man das mal vergleicht mit der Muttergesellschaft Vonovia, die es aktuell nicht mal geschafft hat, zwischen 40 und 45% den Zielwert zu erreichen, da ist die deutsche Wohnen hier an der Stelle einfach richtig gut dabei. Ich habe es gesagt, Portfolio hat sich zu den Zahlen zum 31.12. kaum verändert. Ihr seht es unten eingeblendet, 140.168 Wohnungen. Und die durchschnittliche Monat-Ist-Miete beträgt aktuell 7,55 Euro. Auch noch interessant, innerhalb der Jahresfrist, beziehungsweise in den letzten 12 Monaten, sind rund 300 Mitarbeiter abgebaut worden. Warum es noch mehr bald werden könnten, dazu gleich mehr. Kommen wir jetzt zu den Segment-Erlösen und da stellen wir fest, Moment mal, plus 30,8%. Das ist ja Wahnsinn in solchen Krisenzeiten, aber schlüsseln wir das Ganze einmal auf. Die deutsche Wohnen, die klatscht einem gleich hier immer so riesige Tabellen hin, deswegen gehen wir das mal Schritt für Schritt durch. Wir haben einmal die Segment-Erlöse im Bereich Mieten, also Rental. Das ist um 2,2% gestiegen. Im Bereich Value-Add und Recurring Sales, da sind wir im Minus, minus 28 und minus 76%. Wo aber es ordentlich Zuwächse gab, das ist im Bereich Development, also Entwicklung. 191 Millionen konnte man hier verbuchen. Und auch der Bereich Pflege hat sich ganz gut entwickelt, plus 5,2% in dem Bereich. Also bei den Erlösen sieht es hier im ersten Halbjahr wirklich gut aus. Wenn man allerdings das adjustierte EBITDA sich anschaut, dann muss man sagen, da ist dann doch nicht allzu viel passiert. Da ist man 0,7% höher als im vergangenen Jahr. Am Ende, für uns natürlich immer wichtig, der Group FFO je Aktie. Also das ganz normale Immobiliengeschäft, sag ich mal, die Kennzahl für die Immobilienbranche. Und da sind wir bei 75 Cent je Aktie. 74 waren es im letzten Jahr. Aber aufgrund von Abwertungen haben wir auch diesmal wieder ein negatives Ergebnis bei den H1-Zahlen. Kurz noch zur Miete. Ich habe es gerade schon angesprochen. Wie sieht es eigentlich mit dem Mietwachstum aus? 7,55 Euro beträgt die aktuelle Miete. Und das kommt zustande dadurch, dass es organische Mietsteigerungen gab von 1,7%. Like for like 1,6% und 0,1% kamen durch Aufstockung und Neubau hinzu. 1,7% organisches Mietwachstum. Das ist wirklich nicht gut. Vor einem Jahr, H1 2022, lag das Wachstum noch bei 2,7%. Es könnte sich im zweiten Halbjahr aber bessern, denn Berlin hat jüngst einen neuen Mietspiegel bekommen, sodass wir hier sicherlich bessere Zahlen im zweiten Halbjahr sehen werden. Kommen wir zum Bereich Finanzierung. Wir wissen ja, der Loan-to-Value 29%. Das ist eigentlich für die Immobilienbranche eine Top-Kennzahl. Wenn wir auf die Finanzierung schauen, dann stellen wir aber natürlich trotzdem fest, gerade bei dem Bereich Zinsaufwendungen, da muss man ordentlich eine Schippe drauflegen. Die lagen im ersten Jahr bei 81,8 Millionen. Ein Jahr zuvor waren es nur 21,6 Millionen. Da hat man also ordentlich hier drauf gesattelt. Wenn man das Ganze auf den FFO sich anschaut, Zinsaufwand FFO, letzte Spalte, das geht allerdings, da haben wir plus 2,3% Veränderung, das ist okay. Aber trotzdem, klar, wir haben hier einfach höhere Refinanzierungs- und Finanzierungskosten. Was allerdings spannend ist, das Portfolio ist ja abgewertet worden. Gleichzeitig ist aber auch die Nettoverschuldung gesunken. Das ist wirklich spannend. Also, die Deutsche Wohnen hat hier ordentlich schon Schulden zurückgeführt. Wir sehen das, die Abwertung war minus 8,9%. Gleichzeitig hat man aber die Verschuldung um 6% zurückfahren können. Wenn man das mal unbereinigt lässt, dann hat man es immerhin um 5,2% zurückfahren können. Und damit ergibt sich eben dann am Ende nur ein Anstieg des Loan-to-Values, also der Verschuldung um 0,9% von 28,1 auf 29%. Da muss man sagen, well done, da hat die Deutsche Wohnen wirklich einen guten Job gemacht. Die ist ja schon immer sehr bedacht auf den Verschuldungsgrad und da ist man sich weiter treu geblieben. Kommen wir zum Thema Dividende. Und da wird sich der eine oder andere fragen, Moment mal, alles gehört der Vonovia. Da wird es ja wohl eine ordentliche Dividende geben, damit Vonovia Geld von der Deutschen Wohnen bekommt. Nun, so ist es nicht. Es gab 4 Cent auf der Hauptversammlung am 15. Mai wurde eine Dividende in Höhe von 4 Cent beschlossen. Das ist so ein bisschen eine, ja, es ist keine wirkliche Dividende. Es ist einfach, um weiter eine Dividende auszuschütten, ein Minimalbetrag. Aber das Geld, das verbleibt in der Deutschen Wohnen und bleibt damit eine, ja, Sparkasse für Vonovia. Allerdings kommt man aktuell an diese Sparkasse nicht ran. Und das besprechen wir jetzt im nächsten Punkt, nämlich im Punkt Risiken. Warum Risiken? Nun, natürlich, man könnte das Thema steigende Zinsen, Inflation, Mieter können ihre Miete nicht bezahlen, Enteignung in Berlin und so weiter und so fort anführen. Für Investoren in der Deutschen Wohnenaktie gibt es aber aktuell vor allem ein Risiko. Nämlich, dass Vonovia in den nächsten Jahren überhaupt nichts tun wird, was die Deutsche Wohnen angeht. Und irgendwann wird es eine Übernahme geben, um auch an das Geld zu kommen. Es gibt aktuell ja keinen Gewinnabführungsvertrag zwischen Vonovia und Deutscher Wohnen. Aber ein Risiko ist einfach, dass in den nächsten 5 Jahren, in den nächsten 10 Jahren hier nichts passiert und der Aktienkurs ziemlich vor sich her dümpelt, ohne nennenswerte Dividende, ohne nennenswerte Kursanstiege. Das müssen wir einfach an der Stelle hier als Risiko sagen. Wer in die Deutschen Wohnen investiert, der macht es aktuell aus dem Grund, dass man davon ausgeht, dass Vonovia irgendwann das Ganze übernimmt und dafür eine Prämie bezahlt. Kommen wir zum Ausblick. Und beim Ausblick, da sagt die Deutsche Wohnen selber, natürlich, es gibt viele Risiken, was die Wirtschaft in Deutschland angeht und so weiter und so fort. Aber am Ende muss man einfach sagen, das größte Risiko mit Blick auf den Ausblick ist weiterhin der Verkaufsmarkt. Also, können Transaktionen abgeschlossen werden, ja oder nein? Die Deutsche Wohnen wird ja im Rahmen eines Verkaufsdeals von Vonovia zwei Neubauprojekte in Berlin verkaufen. Das Ganze wird ja dann in der zweiten Jahreshälfte jetzt wahrscheinlich stattfinden. Aber klar ist weiterhin beim Geschäftsausblick. Man muss sagen, das Geschäft an sich, das Mietgeschäft, das läuft super. Aber wie der Transaktionsmarkt in den nächsten Quartalen sich entwickelt, das bleibt am Ende ja noch ein bisschen Kaffeesatzleserei. Da weiß keiner, wie es wirklich weitergeht und dementsprechend ist man da relativ unsicher in der Prognose. Kommen wir zum Fazit zur Deutschen Wohnen und zu den H1 bzw. Q1, Q2 Zahlen. Und da muss man sagen, die Deutsche Wohnen, die hat eigentlich ziemlich gut abgeliefert. Im Bereich der Mietsteigerungen, ja, da sieht es nicht ganz so gut aus wie bei den anderen Wohnungsunternehmen. Gerade in Zeiten von hoher Inflation sind 1,7% einfach zu wenig. 1,6% auf Like-for-Like-Basis. Aber da muss man sagen, der neue Mietspiegel in Berlin und man ist eben vor allem in Berlin tätig, der kam erst vor ein paar Wochen. Dann ging auch durch die Presse, dass man ordentlich Mieterhöhungsschreiben rausgeschickt hat. Das Ganze wird also erst in den nächsten Monaten und Quartalen sich dann auch in den Zahlen bemerkbar machen. Es bleibt weiter dabei, die Deutsche Wohnen ist ein gut geführtes Wohnungsunternehmen. Ein Wohnungsunternehmen in Berlin mit gewissen politischen Risiken, aber eben ein gut geführtes, das weiterhin als Sparschwein für die Vonovia gilt. Denn die Vonovia kommt aktuell nicht an das Geld ran, solange das Unternehmen eben nicht komplett übernommen wurde. Und damit bleibt es weiterhin ein spannender Kandidat für eine Komplettübernahme, die dann mit einer gewissen Prämie an der Börse dann auch gehandelt werden würde, sobald das Übernahmeangebot da ist. Wie findet ihr die Zahlen? Eure Meinung gerne unten rein und jetzt gerne noch ein Abo und eine Bewertung dalassen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.